Hey! Lenni! Schön, dich zu sehen. Geht mir auch so. Geht's Kim gut? Ah, ich hab's Gefühl, sie ist wie immer. Lenni! Lenni! Schau, treten Sie zurück! Wirklich, war das nicht. Hände hoch! Zu vorn! Der Verdächtige heißt Brian Mills. Mit 21 geht er zur Army. Mit 23 zu einer Spezialeinheit. Stenuisierte Scharfschützer. Springstoffexperte. Keine Dienstakte, keine Entlassungspapiere. Nichts. Dieser Kerl weiß, wie man unsichtbar hat. Hör gut zu, Kim. Deiner Mom ist als Schlimmes zugestoßen. Sag mir, was los ist, Dad? Traue niemandem. Ich habe in meinem Leben schon vieles gemacht. Und ich war mir immer der Konsequenzen bewusst. Ich muss meine Familie schützen. Was wissen Sie? Ich weiß eines. Alle, die Sie lieben, werden bald tot sein. Was hat für Sie Vorrang, Inspektor? Es ist mein Job, Sie zu verhaften. Für mich hat Vorrang das einzige zu beschützen, das mir noch geblieben ist. Was hast du vor? Ich mache dem ein Ende. Wenn Sie diesen Weg gehen, das LAPD, das FBI, die CIA, Sie alle werden sie jagen. Sie werden sie finden. Und sie aufhalten. Viel Glück.